Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. In die Spechbach rein, da gibt es einen Waldweg, wo runter geht. Aber erst in die Straßburg laufen, da kann man im Wald kommen. Straßburg kann jetzt laufen, da geht es rechts ab durch so einen Seitenweg. Da kann ich es nicht mehr weit. Nein, 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 nein. Ja, ich muss den Verschenk. Ah, das ist schon eh da unten in den Tälern, du. Ah, ja, ja, ja. Das ist aber so, das kannst du nicht gehören, das ist alles. Ja. Ja.